Eins, zwei, drei. Ich hatte doch gesagt, kein Dynamit. Was war das? Drei von drei? Das wird eine lange Nacht. Eins, zwei, drei. Immer Papier, wie wahrscheinlich ist das denn? Sehe ich aus, als wäre ich auf einer Schule gewesen? Eins, zwei, drei. Kanone schlägt Papier. Nein, Kanone schlägt kein Papier. Halt dich an die Regeln. Eins, zwei, drei. Was zum Teufel ist das? Dynamit. Ach, um Himmels Willen. Nochmal. Eins, zwei, drei. Sicher, dass das mit drei Spielern funktioniert? Klar, mach schon. Eins, zwei, drei. Ich hatte doch gesagt, kein Dynamit.